So, Hallihallo, das sind wir wieder zu Rogue Legacy 2. Es neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, wo der gute Tubal hockt. Ich hab wieder den Namen vergessen. Ich glaub, es war Tubal. Der Estuar Tubal, oder Tubal, der versteckt sich im Drachen, beziehungsweise er versteckt sich nicht da. Er hat sich da häuslich eingerichtet. Er wohnt in unserem Freund, dem Drachen. Jetzt ist die Sache, jetzt muss ich halt den Weg zum Drachen wiederfinden. Ich glaube, es wäre doch schlauer, wenn wir wieder hingehen und den Architekten missbrauchen für dieses Larifari hier. Damit wir das Spiel vielleicht irgendwann mal durchkriegen in nächster Zeit. Weil ich hab keine Ahnung, wie das wird, bis wir jetzt wieder beim Drachen sind. Oder bis wir jedes Mal wieder beim Drachen sind. Lebentechnisch würde ich ja ein bisschen was zurückkriegen, aber es ist wahrscheinlich trotzdem nicht so förderlich, auf dem Weg dahin 50.000 Mal Leben zu verlieren. So, das nehmen wir mal mit hier. Wir hatten noch Full Life. Das wird mir vielleicht gleich zum Verhängnis werden. Vielleicht, wer weiß. Ja, wahrscheinlich wird es mir zum Verhängnis, wenn ich so weitermache. Schwombie, geh weg Schwombie. Oh Gott, da ist der Nächste. Klong. Da ist noch einer, ich glaube es ja nicht. Klong. Ja, weg mit dir. Weg mit dir. Oh, eine Pizza, geil. Nehme ich mit. Sag ich nicht, nein. Geh weg, du Fisch. Oh Gott, du kannst auch gleich mal weggehen. Ja, ich habe wieder keine Ahnung, wo wir hin müssen überhaupt. Damit wir Richtung Boss kommen. Oh Gott, runter, runter, runter. Ja, hier ist auch nicht viel schöner. Oh nein. Ach nee, du. Der Wandwurm. Der Lurch. Du kommst hier nicht durch, mein Freund. Das weiß ich schon. So. Ja, schön. Jetzt fliegt das ganze Gold da unten in die Stacheln. Das ist natürlich auch sehr elegant gelöst. Ein bisschen durchatmen mal. Durchatmen zwischendurch ist wichtig. Zwischendurch. Äh, durchatmen. Das Ding schon wieder. Äh. Wie soll ich das denn lösen? Da brauche ich sicher einen anderen Charakter dafür, oder? Kann ich hier? Ich weiß nicht. Sobald ich von oben komme, bildet sich ja so ein Ding. Ich weiß nicht. Nee, sobald ich ja springe, ne? Oh mein Gott. Nur wenn ich springe, geht das Ding weg. Okay. Muss ich mich jetzt hoch explodieren, oder was? Das wäre ja auch dumm. Wir gehen jetzt weiter. Da muss ich mich wahrscheinlich hoch sprengen. Das ist ja dezent doof. Dann habe ich nachher noch weniger Leben. Gehen wir denn hin? Gehen wir halt mal hier nach links weiter. Nicht, du spuckst mich nicht an jetzt. Hex, hex. Da hat alles verrissen. Also ziemlich alles. Nicht alles, aber den größten Teil. Da, äh. Ich habe es doch genau gewusst, dass da so ein Zombie-Vieh hockt, Mensch. So, dann gehen wir da oben wieder raus. Ich bin ja eigentlich nicht wegen dem Gold hier. Ich bin nur hier, weil ich zum Drachen will. Ja, klasse. Müsst ihr alle gleichzeitig spucken, hier Säcke? Schön. Äh. Ja, hier sind wir auch falsch. Das ist elegant. Hier sind wir definitiv falsch. Der Raum ist zu klein. Klasse. Klung, 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 klung. Da oben vielleicht? Nee, äh. Ah, fast hätte es geklappt. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh Gott. Oh, voll durchgestartet. Was haben wir denn für, weil der Verzerrfung gefunden im Essen bei vollem Leben erhöht deine maximalen Lebenspunkte. Das kann ich eh knicken jetzt. Ja, schön. Ja, schön. Ja, sehr schön. Kriege ich das auch auf hier oder nicht? Ja, elegant. Wahrscheinlich bin ich gleich tot, bevor ich hier rauskomme. Äh. Ach ja, klasse. Klasse. Sehr schön. Ja, ich bin tot. Oder auch nicht. Oh Gott, oh Gott. Äh. Trottel. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns die nächste Map, auf der wir den Drachen finden, die werden wir uns sperren lassen. Auf jeden Fall. Damit wir den Weg einfacher wiederfinden. Beziehungsweise wahrscheinlich kriegen wir davor wieder den Schnellreisepunkt dann. Hm. Ja gut, das ist ein bisschen doof. Ja, komm. Das bringt nichts mehr. Mit zwei HP, das bringt nichts. Das ist komplett hirnrüssig. Ja, jetzt ist schon der vierte Nikolaus, den ich getötet habe. Jetzt wisst ihr, wie mein Nikolaus Killcounter aussieht. Wir nehmen wieder den Koch. Oha, was ist das denn? Ich kann einen höheren Sprung als normal und dann trotzdem noch Doppelsprung. Das ist ja nicht schlecht. Das nehmen wir mit. So, 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 so. Nice, Pizza. Die hat ja sehr gelohnt. Ach, Leute, ich sag's euch, ich sag's euch. Das ist so eine Sache hier mit dem Spiel. Ich hab richtig Bock drauf, aber es ist halt auch echt nicht so einfach. Es ist schon, hat schon einen guten Schwierigkeitsgrad. So, jetzt probieren wir hier mal ein bisschen zu Speedrunnen. Schön, da war schon wieder Pizza. Das lohnt sich natürlich hart, wenn ich, äh, volles Leben hab. Danke an der Stelle. Ups. Der Schwung ist ein bisschen, äh, gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Komm, hör auf. Du, ich schwing gleich zurück. Was ist das? Ah, das ist das Elektro-Ding. Oh, das ist ja nicht schlecht. Gut, der ist raus. Ach, blubberig, ey. Kriegt mir den Kopf. Oh, Essen. Äh, jo, genau. Rush ich den mal best noch in seine Axt. Weg mit dir. Ich will zum Drachen jetzt. Komm, stirb, lass mich durch. Äh. Ach, hier ist komplett gar nichts schön. Das könnte ich vielleicht auch mal früher gucken. Ich depp, bevor ich mir sowas antue hier. Mensch. Kabums. Rums, kabums. In the hood. Oh Gott. Ich stirb's letztendlich. Du gehst auch drauf, bitte. Komm, geh kaputt. Was war das denn für ein langsamer Feuerpogel gerade? Äh. Unkraut. Ich hasse Unkraut. Ich glaub, so wie jeder. Hui. Ich brauch keine Spitzhack für Erz. Ich baue es mit der Pfanne ab. Ist alles machbar, wenn man will. Komm, spring. Bleibst du jetzt die ganze Zeit da unten in den Stacheln? Oh, hab ich dich jetzt echt aus dem Stachel gerettet? Ich muss mir wenigstens mal Danke sagen, du Sack. Will er nicht. Macht er nicht. Tut er nicht. Da geh ich nicht rein. Klong. Weg mit dir. Ach, du Penner. Oh Gott. Pass auf, Fail. Nein. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Gott sei Dank hab ich das mit nur einem Hit hier durchgeschafft. Das war ja komplett für den Hintern wieder. Für den Po. Für den Arsch. Ja. Ich kann fluchen, wie ich will, okay? Ja, das ist auch nicht schlecht hier. Klasse. Wenn das Timing vergeigt, bringt alles nix. Ich will hier ja aber eigentlich auch nur raus. Äh. War das knapp jetzt. So, du löst bitte noch nicht aus. Ich will mich erst noch ein bisschen heilen. Schön. Sind hier nur, äh, Treasure Rooms gerade, oder was? Bin ich denn hier gelandet? In dem Raum kann ich nach oben und nach rechts. Mal gucken, ob das noch was bringt. Jo, jetzt werd ich dann gleich wieder abgestochen. Ja, das sind alles genau die Geräusche, die auch hier im Spiel vorkommen. Ich hab sie nur ein bisschen lauter dargestellt. So, komm, gib mir noch was zu futtern. Nicht nur das. Nicht. Schön. Danke. Ja, dann gehen wir halt. Äch. Sack. Muss die Schildfeder auch so rumflattern. Der ist auch nicht viel besser, der Hammer. Ja, goldtechnisch. Also, das lässt sich ja schon gut farmen, aber ich bin nicht wegen dem Gold hier. Mensch. Och, Mensch. Oha, was war das denn? Ploing. Komm jetzt. Ja. Oh Gott, Entschuldigung. Ich wollte nicht so laut werden, falls das laut wurde. Ich brauch mich eigentlich auch nicht heilen. Ich depp, was mach ich denn wieder? So. Wir werden uns auf jeden Fall, wenn wir es nicht schaffen. Ich bin guter Dinge. Der kommt mir ein bisschen einfacher, aber wie Estuarirat. Falls wir es nicht schaffen, lassen wir uns auf jeden Fall vom Architekt die Karte hier sperren. Ganz klarer Fall. Boing. Guten Morgen. Ja, da hat halt wirklich eine Schmiede mit Ofen und allem drum und dran im Drachen eingerichtet. Der Sack. Der spinnt doch. Oh. Das hat ihm nicht so gefallen, was ich da gemacht habe. So, da rufst du ja schon so eine Fuens. Oh Gott. Ja, der Boden brennt hier ziemlich lang, wenn er das macht. Das ist ein bisschen stressig. Das war dumm, dass ich darin stehen geblieben bin. Jetzt hüpft er. Hüp, hüp. Hurra. Kommen seine blöden Schwerer. Sie alle selber geschmiedet. Schön. Freut mich für dich. Dass du das da gut kannst, mein Freund. Das war jetzt fast schon zu dumm, mich da zu heilen, wenn ich mal ehrlich sein soll. Okay, ruhig dich mal. So, komm, rast mal aus jetzt. Ich dachte, du rastest schon gleich aus. Ups. Ja, das war so eigentlich nicht geplant, aber hat wohl funktioniert, obwohl ich es nicht wollte. Rastet doch nicht aus, oder was? Äh. Komm jetzt, mein Freund Schnürschuh. Schöne Sache. Einmal heulen. So, jetzt kommt die Kugel. Und die Kugel macht es eigentlich einen Ticken einfacher für mich sogar, muss ich sagen. Wenn ich mich nicht gerade komplett einkesseln lasse davon, weil dann kann ich immer schön über ihn springen mit dem Ding. Das gefällt mir sehr. Vor allem kann ich dem Ding da ausweichen und dem brennenden Boden. Das ist nicht so schlecht eigentlich, wenn ich nicht so was mache, wie das hier. Das war ziemlich dumm. So, jetzt werden wir uns noch einmal heilen. So viel Zeit muss sein. Ja, da kam ich nicht durch, das war klar. Oh Gott. Oh Gott, das war sehr dumm. Ach, das war auch dumm. Aber seine... Wo ist die Kugel? Die Kugel ist nicht da, das ist ärgerlich. Ja, das wird nichts mehr, das ist... Wir sind tot. Ja, aber im ersten Mal ging das wesentlich besser. Aber wir wissen ja immerhin, wie wir wieder hierher kommen jetzt. Wir stellen den Architekten wieder ein. Ist das stressig mit dem Tubal. Aber ich habe das Gefühl, dass wir bei ihm nicht so lange hocken und hängen werden wie beim... Helft mir. Helft mir beim Irath und beim Henoch. Also Henoch und Irath, die waren ja schon das Spezies für sich. Richtig spezielle Leute. So, was machen wir? Machen wir die Stärke und den Waffenschaden einen Ticken hoch. Und dann stellen wir den Architekten ein. Äh, Welt festsetzen für immer. Das Ding steckt. So, und dann Abfahrt. So. Klong, klong. Ja, dann hätte ich gesagt, wir beenden die Folge hier. Wir halten es wieder ein bisschen kürzer. Hier ging es zwar nicht allzu viel, aber wir wissen jetzt wenigstens, wie wir wieder bei ihm landen. Und wenn mich nicht alles täuscht, können wir direkt zum Thron sogar. Das ist sehr geil. Ähm, ja, die letzten paar Tage krankheitsbedingt. Man hört es vielleicht auch noch ein bisschen. Die letzten paar Tage ging krankheitsbedingt nicht viel. Bin jetzt aber wieder ein bisschen back in Business. Danke fürs Zuschauen. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Könnt auch ein Abo dalassen, wenn ihr Bock habt. Würde mich sehr, sehr freuen. Habt eine geile Zeit. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. 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 . Ciao. Ciao. . Ciao. Ciao. . Ciao. Vielen Dank.